So, meine jungen Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill. Ja, wir sind irgendwie auf dem Weg Richtung Schlüssel. Mal wieder. Und versuchen den erstmal irgendwie zu finden und ja, und Verwirrung des Todes hier einfach nur. Also ich glaube, es war wirklich da, wo die ganzen Gegner jetzt sind. Oh Gott, das sind ja wieder so Geisterfucker. Mach dich weg. Boah, wenn jetzt hier wenigstens mal eine Tür funktionieren würde, danke schön. Ja, hier war's. Schlüssel von Aratron. Alter, wo müssen wir den denn hinbringen? Guck mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier wieder 50 Jahre... Ihr wandert zurück zur Tür des Aratron. Ja super, wo ist die? Aha. Bitch. Ne, jetzt mal ehrlich, wo soll die sein, die Tür? Tür des Aratron, alter. War das am Anfang? Da waren ja so viele Türen, die eigentlich abgeschlossen waren noch, aber... Den Aufzug könnt ihr nun nicht mehr benutzen, da ihr eben den Saftwerk berührt. Hier schnappt ihr euch noch die... Oroboros-Scheibe. Oroboros-Scheibe? Muss ich jetzt wieder zurück? Was ist denn für eine Scheibe jetzt schon wieder, alter? Och, meine Güte, Junge. Na, wir sind aber noch relativ normal dabei, sag ich mal. Was ist denn für eine Scheibe jetzt doch? Das ist eine unterbrochene Stromleitung, sonst ist es ja nichts besonderes. Hier soll irgendwo noch eine Oroboros-Scheibe sein. Was? Genutzt ihr... Nehmt das Ankreuz, bla bla bla, das Erschannungsbild. Das haben wir schon alles gemacht, ey. Bei der Tür des... Aratron. Da müssen wir uns irgendeine Scheibe holen. Und die müssen wir, glaube ich, unten einsetzen dann, aber... Wo ist denn diese Tür? Ist die hier irgendwo? Oh ja, eigentlich klar, dass es nicht zweimal funktioniert. So, hier ist es schon mal nicht. Hier ist es auch nicht. Hier kann es auch nicht sein. Hier auch nicht. Ey, wer hätte das gedacht? Hier auch nicht. Wo ist die Tür des Oroboros? Oder dieses... Typen. War das hier? Hier war doch auch noch eine Tür, ne? Oder? Ne. Okay, den Fahrstuhl kann man nicht nutzen. Kann man den Fahrstuhl dann wieder theoretisch anmachen? Das wäre irgendwie... Das wäre echt einfacher alles. Mit Fahrstuhl. Und wo geht's jetzt zurück? Oh mein Gott, ich hasse dieses Gebiet, ey. Ja, aber hier gibt's doch keinen anderen Weg jetzt. Wir müssen uns schon wieder da hin, wo die Gegner sind. Sonst ist doch hier alles abgeschlossen. Hier war diese komische Vitrinen-Kacke. Oder ist hier noch ein Tür irgendwo? Nö. Hier ist abgeschlossen. Meine Güte, ey. Weißt du, dann musst du hier irgendwie auf Kram versuchen durchzukommen, ey. Ne, hier war's natürlich auch nicht. Och, jetzt sind die hier auch noch. Ey, Leute. Ich weiß nicht, wo diese scheiß Tür sein soll, ne? Ich weiß nicht, wo diese scheiß Tür ist. Boah, wie unfassbar nervig muss man ein Gebiet machen, ne? Und dann weiß man noch nicht mal, wohin. Und dann setzt man noch 50 Gegner dahin, die man nicht besiegen kann. Sinn. Das war knapp. Hier waren wir doch auch schon 10 Mal, oder nicht? War das nicht hier? Boah, Leute. Ich weiß echt nicht, wohin, ne? Null. Also, ich weiß wirklich gar nicht, wohin. Ey, die kann man doch besiegen, lol. Ich dachte, die wären auch unbesiegbar wegen diesen Geistern da, weißt du? Alter, wir nehmen die Pistole jetzt mal. Wir haben so viel Munition mit der Pistole. Guckt euch das mal an. Aber wir haben kaum Munition für das Gewehr, sehe ich gerade. Boah, Leute. Ey, wo ist... Ich weiß ja vor allem noch nicht mal, wo ich diese Tür gesehen haben soll. Warte mal, wie heißt die Tür? Ich google jetzt mal danach. Das kann doch nicht sein, ey. Arathron. Ähm. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Aber ich glaube, das ist da. Wo wir unten das erste Mal den Geist gesehen haben. Das heißt, wir waren vor kurzem erst da. Scheiße, wo waren das doch mal, ey. Ne, hier nicht. Wo wir unten... Eigentlich war das der Hauptraum, sag ich mal. Alter, wo... Ja, aber wie komme ich denn da hin jetzt nochmal? Das weiß ich auch nicht. Hier sieht einfach alles gleich aus. Und hier geht auch jede Tür offen. Okay. Ah, okay, hier. Da ist sie. Die ist es. Boah, ist das verwirrend, Leute. Das ist doch Kaufmann und Dahlia. Aber es ist noch nicht fertig. Halte der soul ist verloren. Das ist warum die Seed liegt dormant. Und was der soul bleibt, in dieser Hustk? Er ist tief in der Sub-Könchensweise. Du bist zu sagen, dass es nicht funktioniert? Das war nicht unser Verkauf. Nein, nein, diese sind nur Taktik-Taktik. Wenn wir eine Hand geben werden, werden wir die Macht bekommen. Keine Angst, die Präumse wird nicht gebrochen. Aber die Macht, die wir jetzt können, werden sehr weib. fast nichts. Ja, Leute. Das ist echt heftig. Da ist die Scheibe. Alles so. So Leute, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube jetzt kommt der Endkampf. Oh fuck, wir müssen uns heilen mal gleich. Komm, komm, komm. Nein. Nein. Ich will nicht. Mach was Mama sagt. Ich will nicht. Ich will nur ein wenigstens von deinem Macht. Das alles. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht alle glücklich sein. Und das ist auch für dein eigenes Gut. Oh, aber Mama, ich will nur mit dir sein. Du. 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 Dann bin ich bei euch noch voll sind. Tja, Leute. Wenn mich nicht alles täuscht, befinden wir uns jetzt im anwesenden Haus von Alessa beziehungsweise Dahlia. Das ist ja die Mutter und die ist echt auf die Macht von Alessa aus. Oh mein Gott geht das tief. Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? Well, you've seen her many times, restored to the former set. I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long seven years. For the seven years since that terrible day, Alessa has been kept alive. Suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare. Waiting for the day to be born. That day has finally come. The time is night. Everyone will be released from pain and suffering. Our salvation is at hand. Oh my god. This is the day of reckoning. When all our sorrows will be washed away. When we return to the true paradise. My daughter will be the mother of God. Good news, sir. Oh my god. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Huh? What the? Was? 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 Wow. Was soll ich denn machen? Ich kann da gar nicht ausweichen Einfach draufhauen Was soll ich denn sein? Das war's für heute. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020